Bei den Joghurt waren wir letztlich bei der Nation eingenommen und in der Feier. Wir hatten noch zusammen ein Teil gekriegt, dass ein Spieler den Stress öfter gespielt hat. Ich fand das Profil interessant, weil es eine gewisse Dynamik hat, eine gewisse Atletik hat, die ganz viel wehren möchte. Das sind aggressive Spieler, die den Ball kann recuperieren und auch von der Persönlichkeit her, die sich komplett an den Regieb setzten. Von daher habe ich es nicht gewertet. Ich bin jetzt natürlich auch mit dem nächsten Schritt für die Folge gewesen, dass es international gespielt hat. Ich denke, ein stationales Moment dafür hätte, sich weiterzuentwickeln. Und dafür habe ich mich in der FC reaktioniert. Das Spieler, den ich gehe, wird dann noch bei meinem Training, wird Feuer holen und muss ich viel zum Spieler kriegen. Ich muss viel zu mir, respektive zum Grupp kriegen. Die Gruppe wird besser machen, mit Konkurrenz und ganz gut bringen. Und wenn ich persönlich gehe, sind noch die Verziehung, dass die Jungen aus Stockholm ganz schnell an den Esprit der Kippe aufhören. Treffend in Nivandro, ich denke nicht, dass wir schon in der ersten Leute darüber stehen. Wir haben die ganze Präparation quasi mit Gladbach mit der richtige Kippe gemacht. Die Bayern München gibt Metz, da gibt es viel weiter nachvolle. Obwohl noch Spielzeitbrot, das ist ein großes Talent. Wir haben dort schon nur auf dem Blutenevo gewiesen. Wir haben schon durchaus alles kaputt, das dort zu spielen und sich dort zu behaupten und durchzusetzen. Wir haben auch die Däzisiv zu sein, von dem hier Schatten, die Wanderung, am Telefon, gleich vor, wo ich mich auch mit Matt geredet habe. Da habe ich nicht mehr gefragt, für nur den Kader, ob es für mich ist. Da habe ich auch gemein und wir, dass in Loh schon direkt kurzfristig auch bei dieser Zeit, das ist eine neue Hilfe für die Matcher zu bringen. Für mich, die Jungen dann selektionieren, dann wissen wir mittlerweile, dass das für mich nicht entschädigt, dass wir von Russisch hier sind, oder sieben sind. Ich habe sie vom Spiel wieder erzählt und ich denke, dass das in ein Spiel aus dem auch an den Kondomin vor einem Jahr kann man so nicht mehr helfen. Dann war jetzt die Limo wieder so nötig, weil leidt er dich darum, dass sie nur noch am Schottinaden ziehen oder vielleicht auch noch ein bisschen und die Gruppe, die man immer auch wirklich von der Zeit für das Name geben kann? Nein, betreffend die Leute, die nur noch am Grupp ziehen, weil du hast nur für dich, die Vincente und den Glacier, dass die Lachscherz und den Glacier und dass die nur kurz im Retour warst. Für den nächsten Match ist der Maxim, wenn es fortalte ich, dass der Maxim schon wieder gesperrt ist, das ist der nächste Match. Dann hat Vahid Vlasayat, ich hatte Vahid Vlasayat vor dem Teil verstanden, ich habe nur noch kurzfristig geschluckt, der Vahid hat ein Lichtfaseres, wo auch ein Eisendock gepackt wird, also der Eierendock wird gesucht, mindestens 10 Dicht, Eisendock wird gesucht, aller mindestens, weil Cenk aber in der Limo zu sehen, in der Halschnecke habe es auch der Platz vor dem Vaseayat, in der Cenk dabei neu, die neue Blasur zu sehen, und dann muss ich von mir aus können ziehen, die ich nicht durchgehen. Ich habe noch mit ihm, da hat sowieso, dass das wenig sind, nicht für Hena, noch für Reis, dass die kommen, und dann, ich will nicht den Spielerunen, den dann, du in die Darmus trainieren, wo ihn da Fleisch ziehen, auch für die anderen, die sowieso nicht erfroren. Also von daher, auch, betrachtet sein Verein, was die beste Lösung sind, dass er nicht kennen will, für, auch für Aserbaidschan, auch für, für Serbien, und das ist wahrscheinlich nicht mehr froh, und hier, also, absolut nicht mehr zu tun, dass dann, vielleicht, es ist mir ungegriffen, ich werde die zwölferschen Mädchen, ich hätte im Dutziger, die Gruppe, von der Fiete gewesen wäre, wie wir zuerst sind, in der gewissen Politik, im Glück, und dann, ich sage auch, ja, kann auch, anzukommen, teilen, und man hat, wie gesagt, die kleinen Momente, die man hat, während der Mädchen, heute fuhr, weil es dann im Lobo, der Karstum, den muss man aufgestaltet werden, respektive, muss man aufgestaltet werden, wenn er da sein, von allen Dingen mental, in der Sache. Guckt, in der Stadt, wo muss ich kurz, und du gesagt hast, es ist nur okay, ein Rutschenspieler, oder das ist schon für sehr, wie gesagt, ich will mal raus, ich bin von allem, ich muss mich immer ans Fromm, wenn ich so, für das, für die junge, weil ich, ich weiß zum Beispiel, schon so, Der Kiki hat so viel Erfahrung, wenn er den Läsch zwei Jahre gemacht hat. Er hat so einen Dividend. Für alle, wenn er den Kiki hat, hat er so einen Kiki, wenn er nur 15 Jahre alt ist. Man hat das für uns gesagt. Das ist von einem Aufhängen wie Hebrei geschaffen. Man hat das für ein Kiki nicht gespielt. Wenn er weiterfährt, wird er ein bisschen von den Blassuren verschwunden. Wenn er das nicht anders ist, kann er das nicht mehr machen. Dafür sind wir froh, dass die Sacrifice, die er gemütet hat, dafür belohnt werden. Wenn er in den Mädchen geguckt hat, wenn er Frieden beim Jungen gesagt hat, bleibt man froh. Das ist ein Verblümter. Bei Charles-Rodriguez hatte er schon ein Blasch studiert. In der Fertil des Westonais kann er auch ein Kadoo sein. Den Weg sieht man in den Dividenden, wo viele Leute kritisch sagen, sie sind mit Trapetil hochkans auf der Zeit gehören. Und dafür, ob die Jungen nur auf dem neuen Niveau gespielt werden können, und das können wir genießen. Das ist schon immer noch viel leckerer Spielen. Der Sepp natürlich auch. In der Zeit habe ich auch nicht bei uns gefährt, weil ich auch gerne geahnt habe. Ich weiß auch, wie sein Lebenstandard heute zuletzt war schwer. Und der hat geändert wird. In Deutschland gehen. Wenn man das Fleisch doch fährt in der Welt, um sich zu sehen, vielleicht fährt in der Welt, um die Nationale zu spielen. Ich weiß das nicht. Das ist das selbst so. Ich weiß aber, dass ich im Gespräch noch viel kurz mit ihm, dass es in der Mittleren noch nicht passt, dass man da vieles umgestaut wird. Und man hat das gesagt, wenn man da fängt, dann fängt ein Perl an zurück. Und dass das nur die Chance kriegt, dass wir eventuell in der Gruppe vielleicht schon ein bisschen spielen können. Ich meine, wenn man im DLTV nicht mehr mitgegangen wäre, hätten das nicht aus dem Leben können. Und weil das auch für die Jungen, die das noch nicht tun, gibt es für DLTV schon eine Ausnahme, um mehr Frauen zu machen, für Fleisch. Das ist ein größtes Risiko dabei. Für die Eltern zu gehen, und die Landen zu gehen, weil wir nicht um den Komfort passen, wie die Spieler oder die Leute zuletzt. Ich bin froh für die Jungen, dass sie dann auch ein bisschen überlaut sind. Und was hat sich am meisten? Also die ambiance, wie der Jan-Bastik einst zu drehen? Ich freue mich am meisten, wenn man die drei Punkte nimmt. Ich freue mich nicht. Aber für den Rest, wenn man da hinten kommt, das ganz. Weil das am Josi Bertl, das war zum Leben im Korb, schießen. Und da denke ich selber, wo die Mutter lebt, das fand ich schon ein Festjahr wegkommen. Und die junge Kabel rüber. Und die Lungenballin, ob die Mähnerin, so viele Puscher an der Westjahr, hat keinen Platz. Jetzt, mittlerweile, die jungen Menschen sich immer fähren, oder schon, ja, vorbereieren sich, jetzt raus und her, gehen sich fähren, machen, da wirklich Platz, langsam, den Dusch oben nehmen, und am Gang, ja, das fängt sich zu Katastrophen. Und auch für mich, für die, die Spieler zu adressieren, an der Pause, dafür, meine Hunde auch übernehmen, Und das ist nur hier, in meinem Stadion, gibt es auch, ja, komplett, komplett anders. Und dann aber auch, die ganze, die ganze, die ganze, wenn du rausgehst, als, als er besammelt ist. Ich denke, auch entsprachlich, es kommen, sehr viele Zürcher nach, in der aktuellen Situation, vom Brass und Thiel, oder warst du vielleicht, nur bist froh, dass sich dort ein Kapitel, da aufsteht, und vielleicht, um euch? Zürcher möchte man gut kennen, wir sind nicht von mir, nicht Zürcher möchte, sondern, dass ich hatte, 20 Jahre zu sehen, bei 100 Prozent, und da kamen, vorbelastbar, sind. Ich meine, das war ein Moment Priorität, und dadurch, du warst ja auch, am Anfang, gemerkt, an dem es ein Haifel bleibt, an dem es ein Stroll der Breiere läuft, sind heute nur, und sichern, sind eine Gesundheit gekauft. Aber, wenn Madeira, ein Bössender, wenn man nicht Prozent, ein Interim Spieler gehabt hat, da wird nicht zu 10 Prozent kommen wird. Von nur, Kommersfeld, da hat sie immer verscheiden, das ist ja immer schon kriminell. Das ist schon kriminell, wenn man nicht umguckt, nur für 400 Prozent zu kommen, und für den Dauerland zu forcieren, und nicht nur etwas zu machen. Das ist schon lange genug, er hat forciert, er hat für, die müssen zu spielen, die Mordentier-Flammatoire, und du fährst in einer Situation, wo man auch das ist. und, an dem Sinn, als Faischer-Peschfeld hat gekonnt geschrieben, dass sie den Kontrakten ablösen wollten, und, wenn man freie Spieler hat, an einem neuen Verein, sich dann auch, mit größerer Wahrscheinlichkeit wert fanden. Ich muss auch sagen, dass ich mit ganz, ganz vielen Menschen von Madeira habe geguckt, und, dass Philosophie, wenn sie dann eine Philosophie haben, mit der, wo man gespielt hat, da wird sich dann nicht mit dem Bösser seine Qualitäten. in einem Spiel, aber ich weiß, was die Schwestern viel größer ist, als ich den Film als Jürgen habe. Von den anderen Spielen, vor fünf Mal durchspielt, man denkt, mit einem heilen Ball, wo man an den Kappern gewählt muss, dann sieht man nicht auf die Qualitäten von Bersotin, da hat er nicht recht drin. In einem Moment, wenn ich zum Beispiel mit den 23-Jürgen in dem Bereich Qualitäten an der Bersotin. Also, wir sind nicht recht positiv, die von Kontrable abgelöst sind, also, wenn einander vorangeht. Ich verstehe bei verschiedenen Leuten nicht, wieso diese Spieler in der Partei, die nicht zu dem Fußball passen, die nicht zu dem Fußball Wieso etwas dann im Medium? in der Partei und die Verbreitung Mittelfeld und Stürmen. Ich habe mir gesagt, dass es Mittelfeld hat, dass sie die Werkstatt kann sich überall weiß, aber da ist jemand dabei. Die Stürme fängt man vor der Uhren irgendwie, also knippst er herum oder nicht. Ich habe gesagt, es war eine positive Tendanz für den Gesichter. Muratovic hat ein bisschen selektioniert und ein bisschen verletzt. Es ist in der Klitsche, aber wenn es dich weißt, dann... Du stellst viel so um für den ZMG und... Nein, ich schuhe auch hier an der Letzti, natürlich für die Spieler, die im Mittelfeld... Das hängt ja immer davon auf, wie dann immer sehr gut ist. Das war das, wenn ich mir auch errichte, die St. Kral ist immer wieder, wie die Norel-Jour, die machen. Auch mit den Qualitäten, in diesem Moment, nicht so direkt. Wie gesagt, ich sehe noch da, wie es ist. Ich schaue noch einmal an Bayer-Jour und ich bin erkennt, die nur... Vor allem aber auch, es ist ein Profil. Es ist ein Profil, ich mache mir auch Gedanken, ich schaue noch einmal an den Schampionat. Ich weiß nicht, ich habe nur noch geschrieben vom Abreu, kann ich noch vom Zinami, da sind alles, ja, man spricht da doch schon. Wenn da doch zu kennen ist, dass... Ich habe schon, bin er dann wohlgescheuessen oder irgendwie ein bisschen Pass machen. Das Problem ist auch, dass es geht, oder das 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 geht... Und ich gehe schon da wollen... Ja, oder Louise, die... Ja, oder... Wir können den Lopold auch abzählen. Das Problem ist aber, ich muss es an den Kontext setzen, und ich spiele in Cern, und ich spiele in Asobeidziani, wo die Qualität von den Vertrags schon komplett absammelt ist. Als Vorstand steht mir dann immer, sind sie kapabel, auf dem Niveau können eine Differenz zu machen. Geht natürlich... ... ... ... ...